Kalka, eine Stadt im Nordwesten Nordrhein-Westfalens. Kaum jemandem ist bewusst, dass unweit von hier ein geschichtsträchtiger Ort liegt. Einer der wichtigsten Orte, der die Entwicklung geprägt haben muss, ist wohl der Monterberg. Er befindet sich zwei Kilometer südlich der Stadt. Mit einer Höhe von etwa 70 Metern und seiner Sporenlage bot er einen weiten Blick über die Rheinebene und war so prädestiniert für die Errichtung einer Burg. Als der Graf von Kleve um 1200 begann, hier seine Landesburg errichten zu lassen, hatte der Berg bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Funde zeugen davon, dass sich in der Nähe einst ein römisches Lager befand. Man kann davon ausgehen, dass dieser Platz immer wieder besiedelt und im Frühmittelalter ein Burgtyp aus Holz errichtet wurde, eine sogenannte Motte. Motten wurden meist auf Erdhügeln errichtet und hatten ein zentrales, turmförmiges Gebäude. Umgebende Stallungen und Wohngebäude, die durch Palisaden oder Welle gesichert wurden. Der Brunnen ist der einzige noch erhaltene Zeuge einer langen Geschichte. Wann sind Sie, Herr von Dornig, als Brunnenbaumeister erstmalig auf den Brunnen aufmerksam geworden? Ja, das war im Jahr 2017. Dort sind wir dann im Rahmen des Montaburgsvereins Kalkar hier zu den Brunnen gefahren. Und dort habe ich den Brunnen zum ersten Mal in Augenschein nehmen können. Das ist ein ganz besonderer Brunnen, denn dieser Brunnen ist schon sehr, sehr alt. Im Volksmund wird er ja Römerbrunnen genannt. Mein Vater als Brunnenbaumeister hat in diesem Brunnen gearbeitet und mein Großvater hat ebenfalls schon 1915 in diesem Brunnen gearbeitet. Wir stehen jetzt hier auf dem schon altbekannten Brunnen. Wie sieht das aus? Was kann man da unten erwarten? Ja, wie gesagt, dieser Brunnen ist ein sehr alter Brunnen. Wie ich eingangs erwähnte, ist er mindestens 1000 Jahre alt. Der Brunnen hat einen Durchmesser von 2 Meter, ist von Hand gemauert mit Steinen, die aufs Tuff bestehen, also Tuffsteine. Und ist im Laufe der Zeit natürlich auch ausgebessert worden. Der Durchmesser ist 2 Meter, wie gesagt, 50 Meter tief. Er ist dann erweitert worden im 19. Jahrhundert um circa 15 Meter mit einem Stahlrohr. Durchmesser 40 Zentimeter und 15 Meter Tiefe abgetäuft. Das heißt, die totale Tiefe beträgt 65 Meter. Wie haben Sie denn hier erstmals untersucht, wie das Ganze zustande gekommen ist? Ja, wir sind als Fachunternehmen hier eingeladen worden und sind im Jahr 2018 im November mit einem gewissen technischen Aufwand hier gewesen. Wir sind also hingegangen und haben erstmal eine Arbeitssicherheit hier durchgeführt. Das heißt, der komplette Brunnen ist belüftet worden, weil sich dort CO2 angesammelt hat. Das haben wir dann halt ausgetauscht, einen Gasaustausch durchgeführt. Und sind dann mit einer Gondel hier durch die Decke, die wir hier haben, mit einem Kran mit Seil, dann entsprechend mit Sicherheitsgurten und einer Gondel halt in die Tiefe gefahren. Und haben dort vier Fahrten gemacht mit drei verschiedenen Gutachtern oder Fachleuten des LVRs, die dann einzeln sich den Brunnen im Detail angesehen haben. Dabei ist herausgekommen, dass der Brunnen nicht nur einfach rund gemauert worden ist, sondern der Brunnen halt mehrere Schichten nebeneinander hat. In der Wandungsdicke sozusagen, die erstellt worden sind. Und dabei hat man halt eben festgestellt, dass anhand des Mörtels, der verwendet worden ist, der Brunnen circa 1000 Jahre alt sein kann oder älter. Um das wiederum zu bestimmen, müsste man Proben nehmen, die einschieben und den Mörtel auswerten. Und damit dann halt eben dann möglicherweise ein anderes oder ein deutlich höheres Alter, was sein kann, entsprechend zu ratifizieren. Ja, hier sehen wir eine Gravur, die eingetragen worden ist an dem Oktogon des Brunnengebäudes. Dort ist FVD und CVD. Wir glauben, dass das Friedrich und Konstantin van Dornig sein könnte. Die Jahreszahl 1919 lässt auch zurückschließen, dass dort Vater und Sohn hier an dieser Stelle gewesen sind, um das einzutragen, dass beide in dieser Zeit gelebt haben. Der Monreberg, wie der Monterberg auch genannt wurde, findet seine Ersterwähnung im Bericht des Mönches Alpert von Metz. Er erzählt uns von einer großen Adelsfäde am Niederrhein zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Es begann im Jahre 1006 mit dem Tod Gottfrieds, dem Grafen von Hartwarengau. Mit seinem Tod hinterlässt Gottfried ein ansehnliches Erbe. Sein einziger Sohn jedoch ist krank und schwachsinnig und scheidet damit als Erbe aus. Der Neffe Graf Balderich von Hameland und der Schwiegersohn Graf Wichmann aus dem Geschlecht der Billunger kommen daher als Erbe in Frage. Schließlich wird Wichmann zum Erben ernannt, ganz zur Missbilligung von Balderich. Daraus folgte schon bald ein unbarmherziger Kriech zwischen den beiden. Ein Kriech, der sich durch das ganze Herzogtum ausbreitet. Balderich hatte mächtige Verbündete, unter anderem den Erzbischof von Köln. Im Nierstal fällt bald die durch Sumpf und Wasser gesicherte Burg Gennep in Balderichs Hände. Im rechtsrheinischen Teil des Gaues ist die Burg Aspel, die ihm die Tore öffnet. Einzig die Festung Munna auf dem Monterberg bei Kalkar konnte von Graf Wichmann erfolgreich gegen Balderich verteidigt werden. Schließlich wird Balderich während einer Dienstreise in Kalkar von Wichmanns Männern gefangen genommen und auf die Burg Munna verschleppt. Balderichs Frau Adela kauft ihren Ehemann frei und muss auch die eingenommene Burg Aspel freigeben. Zweimal wurde Frieden geschlossen, aber beide Male wurden die Abmachungen gebrochen und die Fähle zwischen ihnen ging weiter. Wichmann, der größte Widersacher Balderichs, versucht mit geheuchelter Freundschaft den Konflikt für sich zu gewinnen. Daher erwidert Wichmann einen Besuch von Balderich auf der Monterburg mit einem Gegenbesuch auf der Burg Uplade. Auf dem Rückweg, nicht weit von der Burg entfernt, wird jedoch Wichmann heimtückisch auf Betreiben von Balderich und seiner Frau Adela erschlagen. Da man den Mord schon bald Balderich und Adela anlastet, zerstören die Verbündeten Wichmanns aus Rache die Burg Uplade. Schließlich gelingt es Balderichs Verbündeten, die Burg Munna in ihre Gewalt zu bringen. Nun ist Balderich der Herr von Monterberg. Aber sein Glück währt nicht ewig. Über die Eroberung der Monterburg und den Tod Wichmanns wird im Jahre 1018 ein Reichstag in dem Wegen abgehalten. Balderich wird des Mordes an Wichmann verurteilt und verliert alle seine Ämter und Besitztümer. Die Reichsfürsten kommen zudem überein, die Monterburg zu zerstören. Einige Jahre später stirbt Balderich auf der Burg Heimbach und wird in dem vom ihm gegründeten Kloster Züflich beigesetzt. Damit endet ein Schauspiel, das die scheinbar beruhigten Lande an Rhein und Maas noch lange Jahre durchwühlen würde. Über das Aussehen der Burg ist wenig bekannt. Die Vogelschau von Braun-Hogenberg von 1575 zeigt Kalka. Am linken Bildrand ist die Burg zu erkennen. Der zentrale Burgfried als höchstes Gebäude ist von Kapelle und anderen Burggebäuden umgeben. Auf einer Skizze zeigt von Wein 1612 die Burg kurz vor ihrem Abriss. Auf einem Altarbild ist der Burgfried zu erkennen. Unten mit Runden, oben mit sichtlich später zu datierendem quadratischen Grundriss. Eckwarte und Zwiebelhauben lassen Ähnlichkeiten mit der Schwanenburg in Klebe erkennen. Beim Einbau eines Hochbehälters, der Kalkar Wasserwerke in den Mottenhügel, stießt man laut Zeugenaussagen auf die Fundamente eines Rundturmes mit einem Innendurchmesser von 12,5 Metern. Mit Hilfe dieser Vorlagen und Analogieschlüssen von anderen Burgen wurde von Studierenden der Hochschule Rhein-Waal der Versuch unternommen, eine 3D-Rekonstruktion zu erstellen. Also wir haben das auf vier Personen aufgeteilt, dass jeder seinen kleinen Bereich von der Burg gemacht hat. Und ich denke mal, in etwa haben wir ungefähr jeder so um die 60 Stunden da dran gesessen mindestens. Also es gab da tatsächlich wirklich sehr viele Stellen, weil die Burg ja in einer sehr frühen Zeit abgerissen wurde. Das heißt, es steht halt wirklich überhaupt nichts mehr davon. Und somit hatten wir halt Probleme, da die Positionen der einzelnen Gebäude wirklich gut machen zu können. Da hatten wir nur zwei Quellen, das waren nur zwei Zeichnungen. Und anhand dessen mussten wir dann die Gebäude platzieren, was halt wirklich schwer war. Das meiste haben wir uns dann quasi reininterpretiert und jetzt einfach so gestellt, wie wir meinen, dass es halt früher ausgesehen haben könnte. Also ein großes Problem bestand darin, eben den Untergrund für die Burg im Ganzen zu bekommen. Dafür haben wir jetzt ein Mesh kreiert, was eben die Höhenwerte beinhaltet und sich an den Hügel anpasst. Und ja, es war recht schwer, das möglichst genau darzustellen und insbesondere dann darauf halt auch zu arbeiten. Das Gelände war auf jeden Fall sehr aufwendig, die nächsten Straßen und Flüsse genau nachzuziehen. Das war auf jeden Fall sehr aufwendig. Im Prinzip war es schwer, einmal eine Grundform der gesamten Burg, also wo welches Gebäude steht, zu finden. Als wir das dann wirklich einmal festgelegt hatten, danach war es relativ einfach, damit zu arbeiten. Aber einmal an diesem Punkt zu gelangen, darin bestanden sehr große Probleme bzw. auch Meinungsunterschiede. Und das ist das, was das Wichtigste hier hat. Der damalige Zugang zur Burg erfolgte wahrscheinlich von Westen über diesen Weg. Die Burg entwickelte sich im 13. Jahrhundert zum bevorzugten Wohnsitz der Grafen von Kleve. 1327 wurde in der Vorburg ein Kollegiatstift errichtet, schon 14 Jahre später aber an den neuen Hauptsitz der Grafen nach Kleve verlegt. Nach wiederholter Zerstörung und Wiederaufbau diente die Burg als Witwinsitz der Gräfinnen von Kleve. 1624 kam dann das endgültige Ende. Die Burg wurde abgerissen, ihre Steine zum Bau der Festung Kalkar verwendet. Ich bin Felix Groß, ich bin hier auf dem ehemaligen Burggelände der Montaburg mit Carsten von Dornig, Vorsitzender der Montaburg-Gesellschaft. Können Sie uns ein bisschen was über die Gesellschaft erzählen? Wann wurde sie gegründet? Ja, die Gesellschaft ist gegründet worden 2015 auf Initiative von zwei Herren aus Xanten. Das war der Herr Hock und der Herr Pohl. 2015 haben wir dann Vereinsrechte bekommen bzw. sind als Verein eingetragen worden. Was waren denn die Beweggründe, dass Sie gesagt haben, wir möchten diese Gesellschaft gründen? Die Beweggründe sind gewesen, dass einheitlich die Stadtführerin Helene Moers, wie aber auch durch den Herrn Pohl und Herrn Hock, wir, der Herr Wolters in meiner Wenigkeit, darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass hier halt eben ein historisches großes Erbe unter dem Rasen liegt. Und wir damals beschlossen haben, mit Herrn Simon Graf und dem Herrn Gerd Grohmann entsprechend hier einen Verein zu gründen, um dieser Sache nachzugehen und natürlich zu prüfen und zu entwickeln, ob es hier halt die Möglichkeit gibt, etwas Neues entstehen zu lassen. Was sind denn die aktuellen Ziele der Gesellschaft? Die aktuellen Ziele der Gesellschaft sind im Moment die Informationen zusammenzufassen, die Informationen auszuwerten und auch zu katalogisieren. Darüber hinaus sind wir dabei, Förderprogramme zu inspirieren bzw. zu prüfen, ob die für uns zuträglich sind. Es gibt noch Gespräche bezüglich der Eigentümerverhältnisse und wir haben natürlich viele mittätige Mitglieder, die wiederum sich mit historischen Bereichen beschäftigen, aber auch mit archäologischen Bereichen beschäftigen, mit der Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritte und so weiter. Und das sind alles Punkte, die so einen Verein halt eben ausmachen und darauf sind wir sehr stolz. Wir haben schon ein bisschen über Ihre Beweggründe gesprochen. Gibt es da noch ein öffentliches Interesse an der Monterburg und deren Erschließung? Ja, davon sind wir überzeugt als Gesellschaft, da hier halt in über 2000 Jahren schon verschiedene Epochen an Menschen am Werk waren. Und wir sehen halt eben das große Potenzial in der Geschichte. Wir haben einen über 1000 Jahre alten Brunnen auf der einen Seite, wir haben hier Funde aus der Eisenzeit, wir haben Funde aus der Römerzeit, wir haben halt eben Mittelalter, die Monterburg als solches halt eben und sind davon überzeugt, dass das also erschlossen werden sollte und auch erlebbar gemacht werden soll, da dieses halt eben ein Highlight für uns ist am Niederrhein und das halt eben ein Leuchtturmprojekt auch sein kann, um halt eben einen Tourismus weiter zu fördern und auch Kalkar eine weitere Attraktivität zu geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich persönlich habe ja nicht vor, um in Geschlechtsgruppen zu wandeln. Wie ist das bei Ihnen? Das wurde offen getragen. Haltige Ernte. Nur einen Sack. Ich kann sich mal weniger beschweren. Ich muss ihn ja schleppen. Die auf einen Wiederaufbau der Burg schließen lässt. Ja! Ey, wenn Sie jetzt zu früh reingerufen haben, dann höre ich auf. Die hätten einfach so mal den Ton oder die Kamera laufen lassen müssen. Oh Gott, nein, das machen wir aber nicht von mir auch, oder? Also, da hinten ist ja Kalkar. Meine Haare, die sind schon wieder komplett total beschissen. Wann, dann ist das Müll, lass Lust. Alles sieht besser aus als ich. Sogar dieser Baumstumpf sieht besser aus als ich. Wann, dann ist das Müll, lass Lust. Wann, dann ist das Müll, lass Lust. Also, ich habe ja immer Vicky und Bob der Baumeister geguckt. Bob der Baumeister war so mein Liebling. Ach, den Babys habe ich mit dem Kopf abgerissen. Hier waren ja Hallo. Die Proportionen, die die hatten, da war ja wohl, hä? T Simon freut sich, worüber wir reden. Ins Loom. Ins Loom. Ins Loom. Ins Loom. Was? Bis auf. Bis auf. ARD Text im Auftrag von Funk